hallo zum nächsten video der berufsschule 7 wir kümmern uns heute um die sogenannte back propagation im letzten video haben wir uns die leeren regel angeguckt und habe ich ja gesagt dass dieses ganze system nur dann funktioniert wie wir es bis jetzt aufgebaut haben wenn wir keinen hidden layer haben und genau das werden wir heute ändern dass wir unsere logik so anpassen dass es auch mit hidden layer funktioniert werden gucken warum wir das tun müssen bzw wo die problemstellungen liegen zielgruppe der ganzen dieses ganzen videos ist wie immer die zwölften klassen und die ki interessierten so dann wollen wir mal loslegen wir haben ja beim letzten video uns zwei logik gatter angeguckt und zwar das oder und das und gatter und jetzt wollen wir uns mal das nächste logik gatter anschauen und das wird für uns ein paar probleme bereiten und zwar das x-ohr das x-ohr sieht ja ein bisschen anders von der logik aus wie das oder nämlich bei 2 1 eingängen also wenn x 0 und x 1 auf 1 liegen dann muss a 0 sein ja und ja jetzt schauen wir mal wie wir das in griff kriegen das ganze werde ich jetzt mit nicht mit einer sigma sondern mit einer relu aktivierungs funktion modellieren einfach weil die relu da einfach ein bisschen ja ein bisschen besser agiert so die wertetabelle ist relativ einfach sollte von uns eigentlich jeder kennen wenn beide eingänge 0 sind dann ist der ausgang 0 wenn mindestens ein oder wenn genau so wenn genau ein eingang 1 ist dann muss der ausgang auch 1 sein und wenn wieder beide eingänge auf 1 sind dann muss der ausgang 0 sein das wäre jetzt die wertetabelle der x-ohr funktion und die macht uns probleme und zwar der unterste eintrag das werden da werden wir jetzt sehen dass wir mit unserem normalen mini neuronalen netz wie wir es hier sehen nicht weiterkommen ich habe jetzt mal hier die fehlerfunktion aufgemalt und zwar mit einem bias wert von 0 das heißt mein gewicht die kante w2 habe ich auf 0 gesetzt und dann sehen wir dass das die fehlerfunktion ist das heißt sie geht nirgendwo auf 0 runter jetzt könnte man sagen okay pass mal doch mal den w2 ein bisschen an spielen wir damit ein bisschen und da habe ich jetzt einfach mal verschiedene genommen also minus 20 der rote ganz unten sehen wir der geht auch nicht runter auf 0 dann habe ich gesagt minus 2 der ja der geht zwar ein bisschen weiter runter auf 0 oder in richtung 0 als der drüber liegende blaue dieser den den wir vorhin gesehen haben aber eigentlich auch nicht wirklich und dann habe ich mal versucht in die positive richtung zu gehen und da geht das ding komplett gegen in die falsche richtung also ja also in summe können wir sehen also in der mitte geht es noch ein bisschen runter aber wir kriegen mit keinem w2 wert den fehler gleich null hin also das kriegen wir nicht gebacken das heißt wir haben hier ein problem und dieses problem liegt an der sogenannten linearen separierbarkeit die idee hinter diesem einfachen neuronalen netz was wir da sehen ist folgendes ich mache jetzt mal eine kleine eine kleine tabelle beziehungsweise einen kleinen grafen und hier trage ich jetzt x0 und x1 ein ja also welche werte setzen wir rein und wir haben ja gesagt für das und gatter haben wir für x0 und x1 gleich 0 einen wert und zwar den wert a gleich 0 dann für 0 1 haben wir den wert auch a gleich 0 und der nächste wert also ein anderer wert am ausgang wäre für x0 gleich 1 und x1 gleich 1 ja also das sind sozusagen jetzt unsere vier Eingangskombinationen und wir können jetzt hier sehen, dass wir diese verschiedenen Ausgangserwartungswerte separieren können und zwar mit einer Linie. Und das nennt man lineare Separierbarkeit. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass unser einfaches neuronales Netz, so wie wir es jetzt gebaut haben, im Wesentlichen einfach eine Matrix ist, die unser Koordinatensystem so hindreht, dass auf der einen Seite die einen Werte sind und auf der anderen Seite die anderen Werte. Also das heißt, man könnte jetzt auch einfach auf die Idee kommen, hier ein neues Koordinatensystem einzuzeichnen bei dieser schrägen Linie und das eine wäre auf der positiven, das andere wäre auf der negativen Seite. So der Gedanke. Und mit diesem einfachen neuronalen Netz, wie wir es gerade haben, kann ich eben nur eine Linie ziehen und mehr nicht. Und genau so sehen wir das jetzt hier. Gut, schauen wir da Vollständigkeit halber nochmal unser Oder-Gatter an. Da können wir das Gleiche machen. Hier sehen wir, dass wir sozusagen eine Gruppe rechts oben und eine Gruppe oder einen Punkt links unten haben. Das war der 0-0-Fall links unten. Und dann können wir die Linie so ziehen. Also kann ich auch linear separieren. Das heißt, mit meiner einfachen Manipulation der Eingangswerte mit so einer, ja, das ist wirklich eine Matrix, wir werden uns das tatsächlich in einem späteren Video mathematisch nochmal genauer anschauen, kann ich eben diese Erwartungswerte separieren. Wenn ich das jetzt mit dem XOR-Gatter mache, dann kann ich sagen, okay, beide 0 wäre der Wert 0. Dann entweder der eine oder der andere Wert 1, dann habe ich als Ergebnis 1. Und bei der dritten oder bei der vierten Eingangskombination, 1-1, habe ich wieder die alte Gruppe. Und jetzt kann ich hier versuchen, irgendeine Linie reinzusetzen. Und ich kann sehen, nee, hier habe ich auf der linken Seite oder auf der oberen Seite grün und rot zusammen und unten auch. Und egal, wie ich das Ding drehe, ich schaffe es nicht, diese beiden roten und grünen mit einer Linie zu separieren. Und das würde man jetzt als nicht linear separierbar bezeichnen. Und wenn das so ist, dann brauche ich mindestens einen Hidden Layer. Also der Gedanke ist einfach, dass ich mit einer einfachen Struktur eben diese, kann ich nur diese eine Linie abbilden und mit einem Hidden Layer schaffe ich sozusagen jetzt eine mehrdimensionale Separierung. So kann man sich das vorstellen. Ich habe mal ein Buch gelesen, da steht drin, ein neuronales Netz kann man sich vorstellen, wie ein Zettel, den ich zusammenknülle und das neuronale Netz versucht, den wieder sozusagen sauber auseinander zu falten, so als Idee. Und wir suchen sozusagen die Faltregeln, wie ich das auseinanderfalte. Und bei den unteren beiden sehen wir, dass dieses Falten einfach an dieser Knicklinie passiert ist. Und beim oberen müsste ich sozusagen mehrmals falten und dann brauche ich einfach eine tiefere Struktur von meinem neuronalen Netz. Es ist jetzt, wie gesagt, nur eine Vorstellungshilfe, aber dass einfach der Begriff lineare Separierbarkeit mal gefallen ist. So, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen uns um die Hidden Layer jetzt mal kümmern. Und bevor wir das tun, müssen wir noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Diese Vorarbeit, die wir jetzt machen müssen, sind jetzt einfach mal ein paar Notationsregeln, damit wir uns auskennen. Also wir haben ja schon so ein bisschen ein paar Buchstaben und so ein Kram uns bei den vorigen Videos zu Gemüte geführt. Es gibt ein paar Standards, es gibt ein paar, die weichen immer wieder ab. Und ich habe das jetzt einfach mal versucht, hier für dieses Video einigermaßen sinnvoll zusammenzutragen. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt irgendwie ein Beispiel, ein neuronales Netz, wo wir eben alle Eventualitäten abbilden können. Und dazu machen wir jetzt einfach mal so ein paar Layer rein mit dem Eingangsneuron. Machen wir noch einen zweiten Eingang und einen zweiten Ausgang und vermaschen das Ganze in einem Dense Network. So, jetzt gehen wir mal auf ein paar Bezeichnungen. Wir haben hier auf dem ersten Layer, wir beginnen hier die Layer durch Nummerierung bei 1, nicht bei 0. Da halte ich mich einfach an die Konvention, wie es eben üblicherweise gemacht wird. Und damit wir diese beiden Eingangsneuronen sauber bezeichnen können, schreiben wir oben in Klammern den Index des Layers dran. Deswegen in Klammern, damit man es nicht als Exponent liest, sondern wir vereinbaren jetzt einfach, wenn da oben irgendwas in Klammern steht, dann ist es die Bezeichnung des Layers. Es gibt da noch andere Notationsmöglichkeiten, aber damit bin ich bis jetzt eigentlich immer am besten zurechtgekommen. Deswegen habe ich es hier so mit eingeführt. Wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, dass wir uns hier zurechtfinden. So, weil wir gerade dabei sind, wir haben hier noch ein paar Nummern verteilt. Und zwar hier diese unteren Indizes und das zeigt mir einfach die Nodes. Und bei den Nodes beginnen wir jetzt wieder bei 0, bei der Nummerierung von oben nach unten. Wir haben hier nur zwei pro Layer, eben x0 und x1. Und damit können wir jetzt, indem wir einfach sehen, ganz unten steht jetzt x1 hoch in Klammern 1. Da weiß ich jetzt, das ist meine Node Nummer 1 in Layer 1. Okay, und ja, das ist eigentlich, das ziehen wir jetzt durchgängig hier an der Stelle durch. Und zwar können wir das jetzt eben für alle Layer hier hinschreiben. Und den Layer habe ich jetzt so definiert, dass die eingehenden Pfeile jeweils zu dem Layer dazu gehören, quasi zu dem Neuron, wo die Pfeile hinzeigen. Das ist deswegen sinnvoll, weil wir an der Stelle die Eingangskanten ja als Element des Neurons als Eingangsvektoren haben. Und deswegen werte ich die sozusagen zu diesem Layer 2 dazu, quasi die ersten schwarzen Pfeile, die dort reingehen. Okay, und jetzt brauchen wir noch eine weitere Bezeichnungsmöglichkeit, und zwar für die Kanten. Und bei den Kanten interessieren wir uns ja eigentlich nur für die Gewichte. Und diese Gewichte können wir jetzt genauso notieren, hoch in Klammern 2. Das wäre jetzt zugehörig zum Level oder zum Layer 2, so wie ich es eben vorhin gesagt habe, dass quasi die Eingangspfeile noch zu dem gleichen Layer gehören, wie die Neuronen, wo die reinführen. Also in Klammern 2. Und jetzt haben wir unten zwei Ziffern. Und hier ist es so, dass die erste Ziffer, die da unten steht, die 1, dafür steht, wo der Pfeil hingeht. Nämlich zu der Node 1 in dem Layer 2. Also quasi oben steht die 2, aha, ich weiß Layer 2. Und welches Neuron von diesem Layer 2, das ist das Neuron mit der Nummer 1. Ja, so und die zweite Ziffer ist einfach, wo komme ich her? Ich komme natürlich aus dem Vorlevel, aus dem Vorlayer, weil ich meine Pfeile immer von einem Layer zum nächsten Layer zeichne. Also muss die 0 vom Vorlayer kommen, in dem Fall die 1. Also 2 minus 1. Und ich komme aus dem oberen der beiden Eingangsneuronen und das hat jetzt die Index 0. So, also haben wir hier mit W in Klammern oben 2. 1,0 heißt, ich habe ein Gewicht im Layer 2, das auf die Node 1 vom Layer 2 zeigt und von Node 0 des vorausgegangenen Layers kommt. Warum die jetzt die Reihenfolge so gemacht haben, ich muss gestehen, weiß ich nicht. Egal in welches Tutorial, in welches Buch ihr nehmt, sie sagen immer Achtung, hier sind die Ziffern vertauscht. Weil man würde es wahrscheinlich intuitiv andersrum machen, aber so ist es nun mal und dann halten wir uns auch dran. So, und mit dieser Konversion kann ich jetzt alle Kanten benennen. Das wäre jetzt das da. Ja, also einfach ganz platt durchgezogen. Da muss ich jetzt nicht mehr auf die einzelnen Werte drauf eingehen. Und jetzt müssen wir uns noch um die eigentlichen Neuronen kümmern. Da passiert ja die eigentliche Musik. Und da machen wir jetzt folgendes, dass wir diese Begrifflichkeiten wieder vom letzten Video nehmen. Wir haben gesagt, der Ausgangswert, also dieser Aktivierungslevel, haben wir mit klein a bezeichnet. Und jetzt gehen wir einfach konsequent wieder unsere Regeln durch. Wir haben hier in Klammern die 2. Das bedeutet dann, dass wir im Layer 2 liegen und der untere Index ist die 0. Das heißt, wir befinden uns hier in der Node 0, also in der obersten Node dieses Layers. Okay, damit haben wir unseren Ausgangswert definiert. Das ist ja das, was dann aus diesen Neuronen rauskommt. Dann haben wir die Aktivierungsfunktion. Nun, nachdem wir üblicherweise auf dem Layer alle Neuronen mit der gleichen Aktivierungsfunktion belegen, habe ich mir den unteren Index hier gespart, sondern nur in oben in Klammern 2 hingeschrieben. Das heißt, wir wissen, das ist die Aktivierungsfunktion, die wir im Layer 2 verwenden. Ja, und was geht rein in die Aktivierungsfunktion? Das ist dieses X. Und dieses X ist ja erst mal die Summe der Eingangswerte von diesem Node. Das heißt, die Summe der Pfeile, die da reingehen, dieser gewichteten Pfeile. Und für das oberste Neuron, also die Node 0, deswegen steht unten die 0. Und wir befinden uns nach wie vor auf dem Layer 2, also steht oben in Klammern 2. Ja, das ist einfach nur deswegen, damit wir eben Klarheit haben bei den Bezeichnungen und nicht durcheinander kommen. Gut, das Ganze schreiben wir jetzt hier vollständig rein. Und damit haben wir jetzt alles, was wir brauchen, benannt. Rechts sehen wir natürlich jetzt noch die Ausgangswerte A0 in Klammern hoch 4. Das ist quasi das, was aus dem letzten Neuron rauskommt. Das Layer 4 ist ja die Outputschicht. Und das sollte jetzt diesen A0, das ist mein Erwartungswert, mein Referenzwert oder Sollwert. Damit werden wir dann den Fehler ja gleich nochmal berechnen. Das ist jetzt eigentlich nichts anderes, wie das, was wir vorher auch schon gesehen haben in den anderen Videos. halt jetzt nur ein bisschen umständlicher bezeichnet, einfach damit wir Eindeutigkeit haben. Wir werden in einem späteren Video das Ganze nochmal neu aufrollen und das Ganze ein bisschen mathematischer formulieren, damit es in der Vektor- und Matrix-Schreibweise, also als Tensoren formuliert werden, damit wir ja in der Lage sind, eben auch entsprechende Bücher lesen zu können, die sich mit diesem ganzen Thema neuronale Netze beschäftigen. Aber das ist jetzt hier nicht Ziel dieses Videos. Hier möchte ich einzig und allein erreichen, dass wir verstehen, warum das mit diesem Backpropagation überhaupt funktioniert. So, dann geht es weiter im Text. Und zwar möchte ich jetzt nochmal ein bisschen über ein paar weitere Buchstaben sprechen, ein paar Indizes, die hier wichtig sind. Und zwar bezeichnen wir üblicherweise die Layer, wenn wir die im Index haben, weil ich habe das ja hier exakt formuliert mit 1, 2, 3, 4. Und wenn wir das allgemein formulieren, dann schreiben wir immer klein l für dieses Layer. Also wenn wir links die Eingangsschicht anschauen, dann ist es hier hoch 1. Und wenn ich es allgemein formuliere, ist es immer hoch klein l. Die Anzahl der Layer bezeichnen wir dann konsequenterweise mit Groß-L. Das heißt, wenn wir irgendwo ein großes L sehen, wissen wir, das steht für die Anzahl der Layer. Das heißt, die Output-Schicht wäre immer hoch Groß-L in Klammern. Also wir haben hier, wenn wir rechts auf die Output-Schicht gucken, ist unser A0 oben hoch in Klammern 4. Und 4 ist die Anzahl der Layer. Also wissen wir damit automatisch, was unser Output-Layer ist. Anzahl der Nodes machen wir immer mit Groß-N. Und dieses Groß-N hängt natürlich davon ab, auf welchem Layer wir sind. Also wir haben jetzt hier zwar auf jedem Layer die gleiche Anzahl an Neuronen, nämlich 2, aber das muss nicht zwingend sein. Und deswegen muss ich sagen, für welchen Layer möchte ich denn die Anzahl der Neuronen haben? Und deswegen steht hier oben in Klammern das kleine L, also Index für das Layer. Dann den Index für die Node auf dem aktuell angeguckten Layer. Das ist immer J. Also da zeigt es hin sozusagen. Und für den vorausgegangenen Layer, also L minus 1, ist K. Und damit wir das wieder ein bisschen im Zusammenhang bringen, wir haben jetzt unser W, also ein Gewicht, auf dem Layer klein L, immer J, K. Also beispielsweise hier, wir haben hier unser Gewicht auf dem Layer 4, also in Klammern 4. Und wo geht es hin? Auf die 1, das ist sozusagen unser aktuelles Layer, der klein L. Und wo kommt es her? 0. Und das ist sozusagen Index für Node auf L minus 1, also den vorausgegangenen Layer. Und das ist K. So wird es üblicherweise bezeichnet. Und so finden wir das auch in fast allen Publikationen zu dem Thema neuronale Netze. So, dann versuchen wir das gleich mal anzuwenden, und zwar bei der Fehlerfunktion. Die Fehlerfunktion war ja ein halb mal die Summe der Differenzen im Quadrat. Und wir haben jetzt hier ein halb mal Summenzeichen J, also in meinem aktuellen Layer, gehe ich von 0 bis N. Und das ist die Anzahl der Nodes. Von welchem Layer? Groß L. Das heißt jetzt, Groß L ist ja das letzte Layer gewesen. Also sind wir in der Ausgangsschicht. Und jetzt habe ich hier A' von J, also A' von meinen einzelnen Nodes. Wir haben ja J gleich 0 bis 1. Wir haben ja zwei Nodes in diesem Layer. Minus das, was da rauskommt. Meine Aktivierungswerte, also klein a, J, von welchem Layer? Ja, vom Groß L, das ist mein Ausgangslayer im Quadrat. Und so können wir jetzt wirklich alles sauber bezeichnen. Auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirkt. Aber wenn man das eben Schritt für Schritt eben dann durchexerziert, dann ist es eigentlich nur noch ein, ja, ein Nachverfolgen der einzelnen Konventionen. Wem das zu schnell ging, einfach nochmal ein bisschen zurückspulen, nochmal anschauen. Es ist, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, alles in sich konsistent. So, also, das war ja unser Ausgangswert für die einzelnen Neuronen. Und wir haben ja an der Stelle jetzt sozusagen, ja, die Fehler identifiziert. Und basierend auf diesen Fehler haben wir gesagt, wir wollen den ja minimieren und wollen an der Stelle irgendwie erreichen, dass wir mit einer Gewichtsanpassung diesen Fehler kleiner hinkriegen. So, das heißt, unsere Fragestellung war, welchen Einfluss hat jetzt eine Änderung dieses Gewichts auf E? Also auf den Fehler. Und das ist ja das, was wir mit dieser Delta-Lehrenregel gemacht haben. Wir haben einfach geguckt, was ist das Delta und in welche Richtung drehen wir jetzt unser W01 oder unser Eingangsgewicht sozusagen, damit unser Fehler kleiner wird. Und das Ganze haben wir jetzt hier auch gemacht. Und das kann ich jetzt grundsätzlich mal streng genommen für alle diese rot geschriebenen Ws machen. Also im Prinzip interessiert mich, welchen Einfluss haben alle diese Gewichte auf meinen Fehler? Weil das ist ja mein Ziel. Ich möchte ja in meinem neuronalen Netz diese ganzen einzelnen Gewichte so einstellen, dass der Fehler möglichst klein ist. Das war unser Ziel. Damit ich mich jetzt zurecht finde, schaue ich mir das für diese, ja, oder diese Gewichtsanpassung und diesen Einfluss nochmal mit der einzelnen Formel an. Und zwar genau für dieses W00, quasi diesen Pfeil hier, diesen roten, bei W00 vom Layer 4. Den möchte ich mir jetzt etwas genauer anschauen nochmal. Das ist nichts anderes, wie das, was wir ohnehin schon gemacht haben bei der Delta-Lehrenregel im vorausgegangenen Video. Aber eben mit unserer neuen Notation. Das sieht jetzt erstmal ziemlich abgefahren aus. Jetzt versuchen wir das Ganze erstmal ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar an der Stelle, das ist ja sozusagen, diese Summe ist ja nichts anderes, wie der Eingangswert meiner Aktivierungsfunktion. Dieses F' war ja die Ableitung. Und dieses Ding, dieses XJ auf dem Layer L, schreibe ich jetzt mal statt dieser Summe rein, damit es einfach nicht mehr so hässlich aussieht. So, jetzt gehen wir die Punkte durch. Das war die Lernrate hier, das Beta. Gut, das haben wir beim letzten Mal beschrieben. Hier, das ist jetzt der Fehler am Neuronenausgang. Ja, also quasi der Erwartungswert minus dem Ausgabewert. Das war der Fehler, quasi den ich identifizieren kann. Wir sind ja oben bei diesem W00 mit diesem roten Pfeil. Und mich interessiert ja, welchen Einfluss dieses W00 auf den Fehler hat. Und dementsprechend gucke ich mir den Ausgabewert von diesem Neuron Nummer 0 auf der vierten Schicht an und ziehe einfach den vom Erwartungswert ab. Das war ja der Fehler. Den kann ich jetzt auch mal einfach als D für Differenz bezeichnen. Da gibt es auch die verschiedensten Buchstaben dafür. Ich sage jetzt einfach mal Differenz. Und das werden wir nachher nochmal brauchen. Also dieser Fehler ist jetzt einfach mein Delta oder mein Kleindelta oder eben die Differenz meines Erwartungswerts minus den tatsächlichen Wert. So, das ist der Fehler. Den schreiben wir uns jetzt hier oben nochmal hin, damit wir einfach den nicht vergessen. Ja, den brauchen wir ja nachher nochmal. Gut, dann haben wir die Ausgangsänderung bei einer Eingangsänderung. Das war die Ableitung. Ihr erinnert euch hoffentlich, wir haben beim letzten Video eben mit der Ableitung gearbeitet und haben eben gesagt, die Ableitung liefert mir die Steigung an der aktuellen Stelle von meinem Fehlergrafen. Und den wollte ich ja sozusagen runterrutschen. Das war der Gradient. Und wir haben ja dieses Gradienten-Abstiegsverfahren durchgekaut beim letzten Mal, so dass wir eben auf der, man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde ich eben diesen Hang runterrutschen. Und dafür brauche ich die Ableitung, weil die Ableitung zeigt mir, in welche Richtung das Ding fällt. Das war ja dieses Thema, was wir beim letzten Mal eben bei der Delta-Lehrnregel uns angeguckt haben. Und das Ding nenne ich jetzt einfach mal c für irgendeine Konstante. Weil wenn ich jetzt hier meinen Eingabewert nicht ändere, also x oder festhalte, oder streng genommen meinen Wert klein genug halte, dann bin ich an dieser Position, an der ich gerade bin, habe ich einfach eine feste Ableitung, eine feste Steigung. Und das nenne ich jetzt einfach mal c. Das mache ich aber wirklich nur, damit ich weniger schreiben muss und die Formeln nicht so hässlich sind. Also für einen gewissen Punkt setze ich das jetzt einfach durch eine gerade, sprich eine Konstante. Mehr ist das nicht. Und das ist jetzt wiederum das Eingangssignal, das ich über diese Kante w00 habe. Das war bei unserem letzten Beispiel, bei unserem Unter-Oder-Gatter war das nichts anderes, wie die Eingangssignale. Hier kommen die jetzt von einem vorausgegangenen Neuron. Und dieses Neuron liefert mir jetzt das Ausgabewert, das, was ich da drin hatte. Also in unserem letzten war das einfach grün. Und hier habe ich es grau, eben weil es die Hittenschicht jetzt plötzlich ist. So, aber das habe ich ja, weil ich habe ja durch die Forward Propagation, weiß ich ja, was meine einzelnen Neuronen eben haben. Ich lege einfach nur meinen Wert vorne an und dann geht eben mein Signal von links nach rechts durch und dann weiß ich eben, was meine einzelnen Neuronen so ausspucken. Und das ist jetzt von dieser W00-Kante auf dem vierten Layer das Eingangssignal. Nur, dass wir uns zurechtfinden, dass wir wissen, dass die Formel mit unserem Bild übereinstimmt. So, und jetzt noch mal in Erinnerung gerufen, was mache ich hier eigentlich? Es geht hier darum, dieses Delta zu bestimmen. Ja, also diese ganze Formel haben wir ja deswegen aufgesetzt, damit wir wissen, um wie viel wir unser Gewicht verändern müssen, damit wir unseren Fehler am Ende des Tages minimieren. Das war die Idee dahinter. Ja, und das haben wir ja beim letzten Mal eingebaut, halt ohne die Hittenschichten. Die Frage ist jetzt, funktioniert es auch mit dem Gewicht, das davor liegt? Kann ich das jetzt eins zu eins auch für ein Eingangssignal oder ein Gewicht für das Eingangssignal einer Hittenschicht verwenden? Und dann schauen wir uns das mal an. Also ich ändere jetzt hier einfach meine Indizes und gehe jetzt mit L minus 1 von meiner Outputschicht einfach eine Ebene weiter nach links. Und hier haben wir jetzt das Problem. Dieser Wert, dieser A-Dach, das ist ja mein Erwartungswert. Das ist das, wo ich sage, jetzt bei meinem Oder war das okay, wenn ich bei X0 und X1 0 0 reinsetze, ist mein Erwartungswert beim Ausgang 0. Wenn 1 von den beiden 1 ist, mein Erwartungswert 1. Das war der Erwartungswert, den ich quasi bevor ich mein neuronales Netz überhaupt gebaut habe, schon kannte. Das sind sozusagen die Lerndaten. Und die habe ich natürlich für die Ausgangsschicht, weil ich weiß ja, was am Ende rauskommt. Die habe ich aber nicht innerhalb meiner Hidden Layer. Und das ist ein Problem. Also ich kann jetzt sozusagen nicht sagen, was ist mein Fehler eigentlich in der Hidden Schicht? Was kommt denn an Fehler aus der Hidden Schicht raus, weil ich schlichtweg nicht weiß, welche Werte hier zu erwarten sind. Die kann ich ja nur außen anlegen, ganz außen. Deswegen nennen wir diese inneren Neuronen auch Hidden Schicht, weil wir weder von der Eingangsseite noch von der Ausgangsseite uns dann mit irgendwie in Verbindung setzen können. Und das ist unser Hauptproblem. Und da müssen wir jetzt eine Lösung finden. Wie können wir denn für diese Hidden Schicht am Ausgang, also quasi am Ausgang von unseren A0 in Klammern hoch 3, ein Fehler feststellen? Und genau darum soll es jetzt gehen. Also dieser Fehler am Ausgang, das ist sozusagen jetzt unser Sorgenkind. Den haben wir beim Ausgang von unserem A0 hoch 4 nicht, dieses Problem, weil wir wissen ja, was am Ende des Tages rauskommen soll. Das sind unsere Lerndaten. Hier haben wir sie nicht. So, die Frage ist, wie kriegen wir da jetzt einen Griff an das Ganze? Und dazu müssen wir jetzt noch mal eine Schicht nach rechts gehen. Diesen Fehler hier, den haben wir mit Hilfe der Delta-Regel ja korrigiert, der Delta-Lernregel. Und die Idee dahinter war, dass wir dieses Gewicht W0,0 vom Eingang dieses Neurons entsprechend so geändert haben, dass dieser Fehler minimal wird. Das war die Idee hinter der ganzen Geschichte. Jetzt könnte ich auch Folgendes sagen. Ich könnte sagen, dieser Fehler ist nicht deswegen entstanden, weil das Gewicht W0,0 falsch ist, sondern weil das Ausgangssignal von dem vorausgehenden Neuron schon falsch war. Das heißt, die Idee ist nicht, dass ich das Gewicht anpasse, sondern ich müsste eigentlich dieses Ausgangssignal von dem vorausgegangenen Neuron anpassen. Und es ist jetzt streng genommen egal, ob ich das Gewicht erhöhe oder das Ausgangssignal erhöhe. In beiden Fällen würde ich den Fehler minimieren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Gewicht W0,0 wäre korrekt, dann wäre das, was ich mein Ausgangssignal erhöhen würde, ja auch der Fehler. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, hier dieses Ausgangssignal aus dem A0 hoch 3 anzupassen, was wiederum das Eingangssignal, zumindest ein Teil davon, von A0 hoch 4 in Klammern wäre. Und deswegen könnte ich jetzt sagen, dieses Delta, das ist genau das, was mein Fehler vom Ausgangssignal des Layer L minus 1 wäre, also aus dem Neuron A0 hoch 3 in Klammern. Und dieser Fehler, den ich hier gemacht habe, der wird ja durch mein Gewicht, in dem Fall W0,0, verstärkt und würde dann entsprechend rauskommen. Das heißt, die Idee dahinter ist schlichtweg, dass wir einfach sagen, wenn ich jetzt mein Gewicht mit dem Fehler multipliziere, ist es genau das, was mein Fehler eigentlich ausgemacht hat. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr vereinfachte Darstellung. Also ein Mathematiker würde mir das jetzt um die Ohren hauen. Ich werde im Video unten dann nochmal einen Link zur exakten mathematischen Herleitung reinpacken, für die, die es interessiert. Es ist relativ umfangreich, da muss ich ziemlich fit sein in diesen ganzen mathematischen Umstellungen, Ableitungen, Kettenregeln und so weiter. Wichtig ist mir jetzt an dieser Stelle genau dieser Satz. Es ist egal, ob ich mein Gewicht erhöhe oder mein Ausgangssignal vom Vorläufer erhöhe. Beides würde entsprechend zur Korrektur, sprich zur Reduzierung des Fehlers führen. Und wenn ich mein Ausgangssignal vom Vorneuron erhöhe, muss ich das um den Fehlerwert machen. Das heißt, ich kann sozusagen aus der Gewichtung meines Fehlers genauso schließen, dass das, was aus dem Vorgängerneuron rauskommt, fehlerhaft ist. Das ist die Grundidee. Und wenn wir jetzt annehmen würden, dass dieses Signal hier korrekt ist, ist sozusagen das, was über die rote Kante läuft, der alleinige Eingangsfehler von meinem A0 in Klammern hoch 4. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf die Delta-Lehrnregel oder auf den Gedanken der Delta-Lehrnregel. Da sind wir ursprünglich hergekommen. Wir haben gesagt, wir können in dem inneren Neuron die Delta-Lehrnregel gar nicht anwenden, weil ich nicht weiß, was der Fehler am Ausgang ist. Jetzt weiß ich es. Das ist nämlich genau das da. Also einfach der gewichtete Fehler, der am Ausgang von dem Nachfolger drin ist. Nochmal, es ist eine Vereinfachung, aber vom Prinzip her muss das klar sein. Also im Prinzip, ich sage einfach nur, das, was da hinten rauskommt, kommt eigentlich aus der Gewichtung von vorne. Und an der Stelle kann ich jetzt wiederum sagen, ich schiebe den Fehler mit den einzelnen Gewichten vom Ausgang in Richtung Eingang, also rückwärts. Und das ist Backpropagation. Also Backpropagation ist die Zurückführung vom Ausgang in Richtung Eingang des gewichteten Fehlers. Das ist alles. So, jetzt habe ich aber gesagt, dieses W1,0 in Klammern hoch 4, das wäre jetzt eine Kante mit einem korrekten Signal. Was wäre, wenn dieses Signal nicht korrekt wäre? Na gut, dann muss ich entsprechend einfach die Summen der einzelnen Ausgangssignale bilden und das ist dann der summierte Fehler. Auch relativ billig. Und damit habe ich die Formel fertig. Das kann ich programmieren. Das heißt, hier kann ich jetzt sozusagen diesen Fehler mit Hilfe der Backpropagation von rechts nach links durchschicken, um dann wieder an allen Neuronen die Delta-Regel anzuwenden. Forward Propagation ist das Eingangssignal einfach nach rechts durchschieben mit den Gewichtungen versehen und gucken, was rauskommt. Backpropagation ist, ich nehme den Fehler von rechts und schiebe den dann mit Hilfe von den Gewichten wieder in Richtung Eingang. Und die Frage ist jetzt und die valide Frage ist jetzt, ja korrigiere ich den Fehler dann nicht doppelt, wenn ich die Gewichte korrigiere und auch noch den Fehler entsprechend ansetze. Und hier sind wir jetzt bei einer leichten Vereinfachung, aber das ist insofern kein Problem, weil ich dämpfe ja diesen Effekt durch mein Beta. Ja, also dieses Beta muss ich entsprechend klein einstellen und wir werden sehen, wenn wir dieses Beta zu groß machen, dann haben wir hier ein ernsthaftes Problem. Ja, das heißt, unser neuronales Netz wird einfach instabil, so könnte man das nennen. So, die gute Nachricht ist, ich muss diese ganzen mathematischen Details nicht bis in alle Tiefe verstehen. Ich muss eigentlich die Idee haben, jup, Forward Propagation, Signal rein und ich gucke hinten, was rauskommt. Backpropagation heißt, ich gucke mir den Fehler ganz rechts an und schiebe den Gewichte dann einfach wieder in Richtung Eingang. Das ist alles und das können wir einfach programmieren und das schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen beim Worker Neuron und packen jetzt hier einfach mal eine Variable für das Delta, weil die brauchen wir ja immer wieder. Die haben wir bis jetzt ja immer on the fly berechnet, aber nachdem wir die jetzt immer über die Backpropagation durchschieben wollen und quasi iterativ für jede Kante addieren wollen in dieses Summenzeichen, speichern wir das einfach in einer eigenen Variable. Und hier bei der Delta-Lernregel wollen wir, dass jetzt eben dieses Delta jetzt nicht über den Parameter kommt, sondern eben aus dieser Instanzvariablen, also schmeißen wir den Parameter raus oben. Gut. Ja, dann geht es weiter im Text. Wir berechnen jetzt unser Delta wie vorher auch, aber das können wir ja nur für die Ausgangsneuronen machen. Ja, nur bei den Ausgangsneuronen können wir jetzt sagen, mein Delta ist der Referenzwert minus dem, was da rauskommt bei dem Neuron. Warum? Ja, ganz einfach, weil nur hier habe ich ja meinen Referenzwert. Bei allen anderen muss ich mein Delta ja durch eine Summierung ermitteln, wie wir das gerade gesehen haben. Und diese Summierung mache ich jetzt einfach über so eine kleine Methode, wo ich einfach Delta n plus 1 also aus der vorausgegangenen Schicht hole ich mir jetzt meine Deltas und füge die einfach nur hinzu. Ja, das ist Delta n plus 1 war dann mein Fehler mal mein Delta-Gewicht. Und was ich natürlich jetzt auch noch machen muss, ist, bevor ich überhaupt meine ganzen verschiedenen Lernzyklen durchführe, muss ich diese ganzen Deltas zurücksetzen auf Null, damit ich im Prinzip quasi nicht von meinem ersten Lernzyklus die Deltas nehme und dann vom zweiten die nochmal drauf addiere. Das wäre ja falsch. Das heißt, bei jedem Lernzyklus muss ich die Dinger auf Null setzen. Dann haben wir diese Backpropagation. Das heißt, jedes Neuron geht alle seine Connections durch und wenn diese Connections entsprechend oder wenn ich die Connection habe, dann füge ich eben additiv dieses Delta hinzu und das war dieses Delta mal dieses Get-Wade. Das haben wir ja vorhin eben besprochen. Das darf ich aber nur für die Worker-Neuronen machen, also bei den Bias-Neuronen darf ich das nicht machen oder bei den Input-Neuronen. Deswegen prüfe ich jetzt einfach nur, ob das wirklich ein Worker-Neuron ist. So, ja, damit hat jetzt jedes Neuron seine gewichteten Fehler an alle Vorgänge weitergeleitet und das war diese Backpropagation. Im Neuronen-Layer, das waren ja die Hidden-Layer, müssen wir jetzt sozusagen diese Aktion einfach durchreichen, weil ich habe die ja zwischengeschaltet, also machen wir einfach folgendes, wir geben einfach das Reset, das Backpropagate und das Delta-Learn einfach an die einzelnen Neuronen pro Schicht weiter. Das ist eigentlich alles. Jetzt müssen wir unser neuronales Netzwerk noch ein bisschen anpassen, indem ich jetzt erstmal sicherstellen muss, dass ich an die einzelnen Hidden-Layer von außen rankommen, damit ich das eben entsprechend aufbauen kann, weil das war bis jetzt nicht notwendig. Und das machen wir einfach mit dem stinknormalen Getter. Das ist alles. Beim Dance-Mesh mache ich jetzt noch eine kleine Erleichterung. Und zwar, wir haben ja vorher unsere Gewichte immer Hand gesetzt, händisch mit Vektor. Und ich sage jetzt einfach, hey, wenn der Vektor Null ist, dann setzt einfach irgendwelche Zufallswerte rein. Und das ist durchaus üblich, dass man hier mit Zufallswerten arbeitet. Und das ist einfach ein Zufallsgenerator Next-Double. Das wäre dann ein Wert zwischen 0 und kleiner 1. Und mit den Werten kommen wir dann eigentlich ganz gut zurecht. Und die Lernerfahrungen sind eigentlich ganz gut. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier in dem Do-Dance-Mesh-Parameterliste Weights auf Null setze, dann muss ich mich um die Gewichte nicht mehr kümmern, sondern ich belege die einfach mit Zufallswerten. Wie gesagt, im Vorausgegangenen habe ich das nicht gemacht, weil da wollten wir unsere Graphen eben sauber bauen, unsere zweidimensionalen oder dreidimensionalen Fehlergraphen. Aber jetzt sind wir wirklich bei einer Ebene, wo wir so viele Dimensionen mit diesen Gewichten haben, dass wir da gar nicht mehr anfangen brauchen, irgendwie mit Fixwerten zu arbeiten. Dann das Reset brauche ich jetzt hier als Startwert und zwar mache ich einfach Methode ResetMe, die geht durch alle Worker-Neuronen der Output-Schicht und alle Hidden Layer durch und dort haben wir ja sichergestellt, dass das ResetMe eben weitergereicht wird an die einzelnen Neuronen. Insofern ist es auch relativ easy. Das müssen wir jetzt natürlich in der Delta-Lern-Funktionalität aufrufen. Die müssen wir jetzt hier durchaus anpassen, diese Delta-Lern-Geschichte. Also ResetMe wird bei jedem Delta-Lern-Start erstmal aufgerufen, alle Neuronen werden, was das Delta angeht, auf Null gesetzt und dann können wir eben tatsächlich weiter laufen. Jetzt berechnen wir den Fehler am Ausgang, also nur am Ausgang konnten wir ihn ja berechnen, das heißt ich sage hier, ich gehe durch alle meine Output-Neuronen durch und berechne dort das Delta am Ausgang und das kann ich dann später durchreichen nach links über die BEP-Propagation. Und das machen wir einfach hier. Wir behandeln hier die Output-Neuronen natürlich getrennt, weil die nicht in der Hittenschicht sind und die geben das jetzt einfach an die Hittenschicht weiter über die Connections. Das gleiche müssen wir natürlich im Hidden Layer auch machen, das heißt die Hidden Layer liefern die Fehler entsprechend zurück und wer oben sich die Vorbedingungen, also die Zellbedingungen genau anschaut, wir gehen hier von Hidden Layer Size minus 1, das ist sozusagen das rechte Layer bis i kleiner 0, das heißt das Layer, das linke Layer der Hittenschicht macht es nicht mehr. Warum? Weil ich dort ja meine Eingangsneuronen habe, deswegen gehen wir hier nur die relevanten durch. Okay, damit haben wir das BEP-Propagate sozusagen realisiert. Am Schluss müssen wir natürlich jetzt noch die Gewichte anpassen für die einzelnen Neuronen. Also das heißt, jetzt lernen wir, weil wir haben überall unser Delta festgestellt für alle unsere Neuronen, also dieses Delta am Ausgang, unser Fehler am Ausgang und jetzt können wir eben mit der Delta-Lernregel eben problemlos durch iterieren, indem wir einfach sagen, ich wende sie an, weil ich weiß, was reinkommt, weil ich weiß, was mein Fehler ist, also kann ich meine Gewichte anpassen. So, wir sind jetzt hier im Code. Das ist im Wesentlichen das, was wir beim letzten Mal uns angeschaut haben. Ich habe hier noch die Eingangs-Erwartungswerte für unsere, für unser und, nee, für das Oder-Gatter war das. Und das probieren wir einfach mal hier mit 0, ob wir da jetzt irgendwie ein sinnvolles, sinnvollen Wert rauskriegen für unser X-Ohr. Also 0, X-Ohr 0 gibt 0, 0, 1, X-Ohr 1 gibt, äh, 0, 1, X-Ohr gibt 1, 1, 0 gibt auch 1 und wenn beide gleich sind, das ist ja dieses X bei dem Ohr, das Exklusive, dann geht es auch 0 auf 0 runter. So, dann lassen wir den mal laufen und wir sehen jetzt hier unsere Ausgabewerte, ja, es sieht irgendwie nicht so toll aus, ja, also wir haben hier 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 4, ja, also funktioniert nicht. Jetzt können wir mal sagen, okay, gehen wir mal mit dem runter und machen wir mal 5.000 Iterationen. Ja, sieht auch nicht viel besser aus, da machen wir mal Relo rein. Hoppla. Und hier gehen wir noch ein bisschen weiter runter und jetzt gehen wir hier mal richtig Gas. Schauen, was jetzt passiert. Und irgendwie, irgendwo läuft es einfach auf 0, 5, 0, 5. Also wir kriegen sozusagen hier dieses Ding nicht in Griff und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt umändern, sodass wir hier mit einer, mit einer Hittenschicht arbeiten. Dazu geben wir jetzt hier die 1 ein, das heißt eine Hittenschicht. Die müssen wir jetzt noch in irgendeiner Form bewirtschaften. Dazu gehen wir jetzt auf unsere internen Layer rein, also vor Neuron Layer L in. Und dafür haben wir jetzt unseren Getter gebaut, Get Hidden Layers. Und jetzt können wir eben sagen, okay, pro L sage ich jetzt Create Neuron und dann Workfactory Relo. So, damit habe ich jetzt ein Hidden Neuron und nachdem wir zwei Eingänge haben, mache ich zwei Hidden Neuron rein. Gut. Jetzt müsste ich streng genommen meine Gewichte anpassen, aber das will ich nicht. Ich will jetzt hier nicht mühsam nachrechnen, sondern ich sage hier einfach 0 und damit habe ich hier die Garantie, dass wir an der Stelle mit unseren Zufallswerten arbeiten. Jetzt brauchen wir noch ein paar Zusatzvariablen, weil ich möchte diese, diese Vorschleife möchte ich loswerden. Ich möchte quasi so lange rechnen, bis der Fehler unter einem gewissen Wert ist und einfach die Anzahl der Epochen zählen. Also sage ich jetzt Int Number of Epochs ist gleich 1. Also ich möchte auf jeden Fall eine haben. Dann Int Max Epochs ist gleich, ja, machen wir eine Million. Wenn er bis dahin es nicht geschafft hat, sind wir sauer. Jetzt gebe ich jetzt irgendeinen Schwellwert für den Fehler an. Das heißt, wenn der Schwellwert über diesen maximalen Wert oder unter diesen maximalen Wert rutscht, dann kann ich aufhören. Also Double Max Error ist gleich 0, ja, sagen wir mal, das wäre ein sinnvoller Wert. Und was brauchen wir noch? Ja, nachdem wir jetzt keine Zählschleife mehr haben, brauchen wir irgendwie eine Kontrollvariable, die uns die normale Schleife steuert. Boolean sage ich jetzt mal, do, optimize und true. Solange das Ding auf true ist, soll er optimieren. So, do Dance Mesh hat sich nichts geändert. Diese Schleife, die will ich nicht mehr. Hier mache ich jetzt eine while Schleife. Also, do, solange du optimist, while. So. Und hier müssen wir jetzt durch. Also das hat sich jetzt erstmal nicht geändert. Das ist jetzt mein Delta Lern. Und jetzt möchte ich mal den Fehler identifizieren. Also, Double Error ist gleich 0. Und jetzt mache ich genau die gleiche Schleife wieder, nur ich mache hier kein Delta Lern, sondern ich lese jetzt hier meinen Fehler aus. Und den füge ich zu dem Error Value hinzu. Und zwar Error plus ist gleich. Und das Ganze müssen wir jetzt quadrieren, damit wir diese Minus-Plus-Aufhebungseffekte einfach ausschließen. Math.pow. Und jetzt sage ich hier aus meinem Referenzdatensatz i an der Stelle 0. Es ist immer die 0, weil wir haben ja nur ein Referenzwert, also ein Ausgangsneuron. Minus. Und aus meinem Neuron Get-A. Das ist ja der Ausgabewert von meinem Ausgangsneuron. Das ist eben der Delta-Fehler. Und das Ganze quadrieren wir. So, das ist jetzt mein Error. Und den gebe ich jetzt auch gleich mal aus. Und zwar sagen wir... Wie viele Epochen haben wir? Plus und plus Error. Dann sehen wir halt, wie wir stehen. Gut. Und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass die Schleife abgebrochen wird. Also sage ich jetzt if Error kleiner als Max Error. Dann sage ich OK. Alles gut gelaufen. Optimum found. Und do optimize ist gleich false, damit die Schleife abbricht. Und genau, else. Ansonsten sage ich, else if kann man gleich machen. f plus plus oder ja. Number Epoch plus plus. Solange das... Oder wenn das größer ist. Machen wir es so rum. Meine maximalen Epochen. Und dann sage ich suzo. Ich habe es nicht gefunden. Breche auch ab. Do optimize... Hoppla. Na. Do optimize ist gleich false. Und wenn die beiden nicht zutreffen, dann soll er eben entsprechend ganz normal weitermachen bis zur nächsten Epoche. Dann geben wir die Werte aus. Und des Printrates brauchen wir nicht mehr, weil wir die nicht weiter beobachten wollen. So. Ja. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir sind jetzt hier... Ja. Schauen wir mal. Wir laufen jetzt durch und haben jetzt hier, das ist jede Menge, also 24.500 Einträge. Aber wir haben jetzt ein Optimum gefunden. Bei 0,0 ist unser Ausgangssignal 0,0. Bei 0,1 ist es 1. Bei 1,0 ist es 1. Und bei 1,1 ist es 0. Das heißt, das Ding funktioniert. Und jetzt merken wir uns mal hier die Zahl. 24.523. Lassen wir nochmal laufen. Da sind wir jetzt bei 51.000, 1.600, 56.000. Durch die Zufallswerte bekommen wir hier immer andere Zahlen. Jetzt sehen wir hier, da sind wir jetzt irgendwo auf so einem Plateau gelandet und wir haben jetzt hier kein Optimum gefunden. Wir sind hier irgendwo in eine Situation reingerauscht, wo wir einfach unsere Ableitungen keinen sinnvollen Wert mehr liefern. So, schauen wir nochmal. So, schauen wir nochmal. 52.000, 2.800, 3.600. Also es funktioniert relativ zuverlässig. Aber hin und wieder ist es so, dass wir einfach in einen Punkt reinrauschen, wo es eben nicht mehr weitergeht. So, ja, das wäre jetzt hier die Umsetzung des Codes. Und damit haben wir jetzt sozusagen bewiesen, dass wir auch ein XOR-Gatter mithilfe eines neuronalen Netzes realisieren können. Und damit haben wir eigentlich das Ziel, das eigentliche Ziel erreicht. Da wir jetzt wissen, was BEP Propagation ist und wie wir neuronale Netze aufbauen, also sogar mit Hidden Layern, also tiefe neuronale Netze aufbauen können, also auch Deep Learning machen können, können wir jetzt uns um Netze kümmern, die auch wirklich Vorhersagen machen können. Weil unsere Netze, die wir bis jetzt gemacht haben, also die drei Gatter, die haben ja nur das nachgeplappert, was wir ihnen vorgegeben haben, nämlich die Ausgangswerte genau so eingestellt haben, wie wir es bei bekannten Eingangswerten eben auch gemacht haben. Das heißt, es waren keine Vorhersagen möglich. Und das möchten wir uns jetzt im nächsten Video anschauen. Wie können wir ein Netz bauen, das bei unbekannten Eingangssignalen ein sinnvolles Ausgangssignal erzeugt? Also das wäre dann das, wo es ja in Anführungsstrichen intelligent wird. Aber das eben beim nächsten Video insofern dranbleiben.